ähm kann man aber wegnehmen ne Okay. Ne, es war blau. Ach so, die, was da nicht mit der Steuerung sind, schaltest du nicht aus. Da brauche ich jetzt gelb dazu, dann komme ich oben hin. Da brauche ich blau. Oh, kann es sein, dass ich jetzt bis auf grün alles offen mache? Bodo? Nix, was interessiert scheinbar. Ja, komm, was interessiert uns das, ey? Kann man wer die Viecher da wegräumen? Oh. Oh, warte, jetzt sind alle offen, oder? Cool. Oh nein, so viele Monster. Gigawatt-Schlag, die haben wir leider auch nicht dabei. Okay. Oh nein. Achso, ja stimmt, die sind halt angegriffen worden. Ja gut, das wird jetzt das letzte sein, glaube ich. Ich glaube, bei dem Level hat mir die Perspektive jetzt gerade irgendwie besser gefallen. Donnerstab brauche ich auch nicht. Ich glaube, der wäre für die Selin gewesen. Für den habe ich schon, glaube ich, den stärksten Stab gemacht, den man kriegen kann. Also jedenfalls bauen. Da wird dann deine Vorletzte sein. Okay. 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 Ich hoffe, dass du bereit bist, um mit dem Rest. Hmm. Sie sind tot, oder? Ja. 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 Ich wusste, dass wir uns selbst rauskennen und du dich zu kämpfen, uns ein bei einem funktionieren würde. Was bist du? was du mit? Hahahaha Nun, all I have to do is kill Gabriel and then the universe will be mine alone That bug ridden reject is hardly any match for the great Lucifer You had us kill your friends on purpose? Hmm? Oh my, you're still alive I couldn't have asked for a better set of pawns I suppose you deserve some kind of reward for your efforts So what would you like? Wealth? Power? Hmm? You don't look like you'd be too interested in either Well, death it is then Okay Be careful! Look out! Here they come! I hope you won't fall apart on me too quickly Out of the way! Out of the way! Here! 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 Here Ey du bist voll nervig alter bleib mal hier Ja, so komische Sequenzdinger kämmen mir auch Alter selbst wenn du es abbricht dauert es ewig bis die scheiß Fähigkeit fertig ist Ja Alter war der scheißnervig der Kerl 460.000 Oh, ja, das ist nicht unerwartet Mal schauen, wie er jetzt rumheult So nah, ich war so nah, dass ich das Universum in meinen Händen habe Nur noch ein weiter zu gehen Lass uns gehen, Claude Genau Das war für mich zu wenig rumgeweine, was ist da los? Nein, das kann nicht sein, nein Oder irgend sowas war dann so, ah fast Goddammit, das war knapp Äh, okay, er ist da scheinbar links Alter, 156 1000 Das da, so wie ich jetzt halt da durchrush Ist halt für mich dann auch der Grund, warum ich es halt lieber mag, wenn ein Spiel so Äh, wie sagt man, so ausbalanced ist, dass du halt wirklich hart an der Kante trotzdem noch alles schaffen kannst Das heißt so, du hast das Mindestlevel, sagen wir mal 50 Und wenn du auf 50 dahin gehst, kannst du den Boss auch noch gut schaffen, ohne dass du halt einfach nur auf die Fresse kriegst, wie es halt oft ist Aber das ist gerade in alten Spielen Ist halt das echt eine schlimme Angewohnheit Wow Dass du halt grinden musst Und wie oft ist es dann der Fall, dann passiert es halt so wie hier Du bist einfach übergrindet Also Haust dich halt nur noch durch, wie wenn nix wäre Wobei man natürlich dazu sagen kann, ähm Dass das Kampfsystem auch nicht so der Hit ist Ich mein, ich hab ja schon sehr früher einfach gemerkt, Meteorhand ist einfach das Geiste in dem Spiel Verbraucht wenig, zieht viel ab Ey, die anderen, vor allem die anderen Attacken, ich weiß nicht, entweder mach ich halt irgendwas falsch Aber die sind halt alle nicht geil Ich mein, jemand hat mir ja empfohlen mit der einen Attacke, aber Oder gesagt hat, dass ich die beste Attacke halt da am Schluss krieg Aber das war halt auch nix Ach, das war jetzt die Stelle Bin ich von oben wieder runter? Okay Ich hab gesagt, auf ins Finale Gabriel Gabriel Seine Schmerzen Schmerzen werden alle hier enden. Jetzt werde ich dich unterziehen. Für unsere Galaxie und für meinen Vater verabschieden! Well, du sprichst ein guter Spiel. Aber ich bin Angst, dass du zu spät. Der Symbol der Annihilation ist voll. Stopp mit dem du siehst du jetzt und sofort verabschiedet! Du kannst nicht gewinnen, alle anderen Wiese sind tot. Du denkst, dass ich einfach verabschiede? Ich bin der einzige, und warum sollte ich das? Es gibt keine Möglichkeit für jemand anderes, als ich. Ich könnte es mit oder ohne den anderen Wiese haben. Du siehst, es war wirklich nur eine Person, die ich brauchte. Und jetzt, liebe Felia. Ich werde diese Insekten verabschieden und in ihrer Angst haben. Los geht's zusammen. Wir beginnen dieses Prelude zu Armageddon! Wer zum Fuck ist Felia? Eh? Das ist schlecht. Das sieht ein wenig aus. Let's go. Was? W- 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 er hat seine persona gerufen ja kennen wir schon jetzt wieder einer war ziemlich anzugeben oh 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 Das war's für heute. Alter, der macht's halt immer weiter. Kannst du jetzt nicht einfach sterben, du Pisser? Ja, er ist down. Haben die echt gesagt, das war unbalanced matchup? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum? Warum machst du das? Du wirst nie verstehen. Die Universel ist mein Leben. Das war's für heute. Das ist das ganze Ziel meiner Existenz. Das ist das, was wir für uns gegründet haben. Das ist das, was wir für uns gegründet haben. Das war's für heute. 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 Was ist das, was wir so nehmen? Ich glaube, es wird schwerer. Ich habe dir gesagt, das Symbol der Divinität nicht zerstört das Macht, aber es einfach überrascht es zu einem anderen Ort. Es gibt nur wenige Pläne, die zu verhindern, eine Kraft stark genug zu verhindern, um den ganzen Universum zu verhindern. Was bedeutet das? Das Symbol der Divinität hat all die Energie zu... Energie Neid. Aber Energie Neid kann das alles überrascht? Ich bin Angst, dass irgendwelche Träte der Existenz irgendwann bald erscheinen wird. Oh nein! Bitte, keine Angst. Wir werden die Energie von der Explosion verlassen, um dich zu weit entfernen von Energie Neid. Die Expel werden von dem Vergangen bis zum Vergangen bis zum Vergangen. Damit wird endlich alles zurückgekommen. Das ist nicht das Problem jetzt! Nun. Also, es verletzt das ganze Universum, nicht wahr? Das Symbol der Annihilation war eines der Schmerzen des Neidiums. Du musst uns nicht entschuldigen. Die Neid existiert gut über seine Lebensmittel. So lange, dass es die Möglichkeit hat, die All-Energie zu verhindern, um eine Art Schmerzen zu verhindern. Keine Zivilisation in der Existenz entwickelt mehr als die Neid. Warum hast du uns nicht gesagt haben? Wenn ich wusste, dass du in der Annihilation zu verhindern, dann hätte ich etwas getan haben. Du bist immer so nett zu uns. Wenn du die Wahrheit wirst, wirst du in der Zeit reagieren. Das ist der Grund, warum haben wir den Dr. Chandler versucht, ihn selbst zu verhindern. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beschädigen. Warte! Warum bringen wir alle in die Energie mit uns? Wir können nicht. Aber es gibt nicht genug Energie, um die Hunderten von Millionen Menschen zu verhindern. Außerdem, wir wollen uns mit unserer Lande bleiben, in ihren Momenten zu sterben. Wir haben jetzt herausgefunden, dass wenn eine Zivilisation nicht zu verhindern, dann verlieren wir alle Grund für ihre Existenz. Reina und Dr. Chandler, Sie werden die letzte Überlebte der Neidischen Rasse. Ich will Sie das beste davon machen. Ich... 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 Ich versuche mein Bestes, Herr. Das ist woher wir sagen... Good-bye. Nein... Ich... Es ist gut. Es ist unglaublich, wie serene wir jetzt fühlen fühlen. Ich bin sicher, dass unsere Hörer endlich einig mit deinem Leben ist. Auf Wiedersehen. Bitte erinnern Sie, was wir für uns kämpfen haben. Wer denn hier ist kein anderes K buddhaar. Wer von uns kämpft? Nein... Ja... Ich... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Expel... I can't believe it. Let's go home. Yeah. I can't believe it. I can't believe it. Boy, it's been a long time since that little journey of mine. Ah, er wohnt jetzt in dem Banditenlager. I kind of miss everybody. Hope they're all doing okay. Oh, er spielt mit Kindern. Lunchtime! Alright. See you later, okay? Okay. Let's play some more later. What were you playing? Oh, you know, tag, hide and seek, that sort of thing. Well, great. I'll be back at home, okay? Leon's certainly a lot more cheerful than he used to be. He sure is. He never used to smile and laugh like this. I think the way we used to treat Leon was a terrible mistake. We never allowed him to be a kid. Kids that age need to get dirty. They need to run around, skin their knees a couple of times and have fun with their life. Boy, it's already been a whole year. I wonder how everyone's doing. I wasn't with them for very long, but boy, that was one of the craziest rides of my life. Oh! Yeah. Well, don't worry. I'm sure we'll see them again someday. Hey, Priestess! You want some tea or something? Give me just one second, okay? I think I'm almost done here. Huh! You haven't changed a bit, have you? Huh? You did go off on an adventure to save the universe, didn't you? I mean, I figured the experience would have made you a little more... you know, mature. Well, gee, sorry I'm not mature enough for you. It's not like traveling for a few months is going to change my entire outlook on life or anything. But, uh, you were saying something about tea? I guess she could go to hell and back and it wouldn't change her one bit. Haha! What's that for a fun fact? I could go to hell and back and forth. Oh well, it's so a thing. Hey there, chickie. What are you doing around here? You better listen to us. Unless you want to get hurt. What's so funny? You hear that? They asked us if we wanna get hurt. Ooh, sounds like fun. Wait, are you Selene and Wilch? The miniskirt thief hunters? The girls who've been shaken down the bandits and destroyed their hideouts? Oh, you finally noticed. So Selene, how do you like them? Medium or well done? Let's get out of here! So when do you think you'll be back, Claude? Hmm, well, I'll be involved in military exercises in sector beta, so probably not for another 6 months or so. I see. Well, be careful. I'm sorry that I'm always leaving you like this. It's all right. You're just doing your job. Besides, I don't think I'm going to be alone for much longer. What? Whoa, what? Do I have to spell it out for you? By the time you get back, you're going to be a father. Okay, that escalates quickly. Was is los? Wie viel Zeit ist halt vergangen? Die haben's aber ziemlich schnell zur Sache kommen lassen. Was ist los? Ist das jetzt einfach ins Ende? Okay, wir sprechen uns dann nach den Credits. Ich bin immer noch leicht schockiert, aber... Okay. Bis gleich. Äh, ich Idiot hab Pause gedrückt, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich das Mikro ausmachen, stattdessen hab ich Pause gedrückt. Okay, weiter. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020